Hey ho zusammen und herzlich willkommen zurück zu Thief. Wer hätt's gedacht? Ich habe mich jetzt endgültig dazu entschlossen, diese komische Bank-Quest hier zu machen. So, das wird jetzt auch nicht mehr umentschieden. Punkt. Egal wie lange ich dahin brauche und wenn ich so lange dahin brauche, werde ich's rausschneiden. Habe ich mich jetzt zu entschieden. Es ruckelt. Warum ruckelt es? Da oben kann ich hoch. Ich will da hoch. Ui. Rate mal was ich gestern in Tracys Speicher gesehen habe. Was hast du da oben gemacht? Hab mit ihrer Nachtrufe rumgespielt. Hör zu, sie hat ein Gemälde von Montonesi. Bestimmt nicht echt. Sie könnte sich tausendfach aus der Stadt rauskaufen, wenn das ein Original wäre. Wo wohnt sie doch gleich nochmal? Ja sag doch. Sag doch Mann. Warum sagen die nicht, wo sie wohnt? Oh. Hallo. So viele hübsche Sachen. Joi. Wahnsinn. Nicht schlecht. Ah, hier komm ich gar nicht raus. Okay. Blöd. Egal. Tausendfach aus der Stadt rauskaufen, wenn das ein Original wäre. Gut. Upsa. Hey, ich wollte hier eigentlich wieder runter. Nein. Greif doch das dämliche Seil, man. Danke. Ui. So. Das heißt natürlich, dass ich jetzt irgendwie erstmal auf die andere Seite muss. Wow. Ja. Ihr kennt mich. Eins, zwei. Hopp. Wobei die letzten Wege habe ich ja, wie gesagt, eigentlich immer relativ gut gefunden. Problem ist nur, dass ich mir nicht sicher bin, ob das immer so gut funktioniert. Warum trägt Lady Marigold einen der Schlangenarmreife? Geh da hoch. Weiß sie denn nicht, dass er verflucht ist? Geh doch da hoch. Viel wichtiger ist, ob sie ihn hatte, bevor ihr Mann ins Tosenbuch eingetragen wurde oder danach. Ui. Okay, das war knapp. Ich habe gedacht, ich könnte mich da schneller bewegen, aber nein. Ich habe meinen Timer vergessen. Eh. Okay, jetzt. Nicht, dass ich wieder überziehe. Ich werde wieder überziehen, das ist gar keine Frage. Aber nicht absichtlich. Dum dum. Dum 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 dum. Dum 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 dum. Und zack. Okay. Okay, da oben muss ich hin. Hey. Ah, Mist. Warum haben die mich jetzt gesehen? Warum haben die mich jetzt gesehen, weil ich nicht gedruckt war? Deshalb. Alles gut, alles gut, alles gut. Tschüss. Ja, ich möchte in dieses Viertel gehen. Alter, wie oft ich in letzter Zeit entdeckt werde, ist doch nicht mehr feierlich, ey. Blöd. Doof. Um zu sprinten, drücke ich in der Bewegung leer. Sprinten ist ideal, um rasch und leise kurze Distanzen zu überwinden. Ja, ja. Das habe ich gerade gemerkt. Das habe ich gerade gemerkt. Also, alle wichtigen Sachen habe ich jetzt mittlerweile beisammen. Oh Gott. Noch mal so weit. Ja, wie gesagt, am anderen Ende der Stadt halt. Naja, okay. Gut, gut. Dann muss ich da wohl hin. Komme ich da hoch? Nein, da komme ich natürlich nicht hoch. Das wäre ja auch zu schön gewesen. Und zu einfach. Aha. Ja, ja. Ich weiß, dir geht es nicht gut. Alles gut. Ui. Nein. Beruhigt euch. Beruhigt euch. Waren die beiden das? Das wäre aber fies. Okay. Speichern. Ah, die waren das tatsächlich. Das nehme ich mit. Ah, nice. Ja, ja. So kann es gehen. So. Und... Oh, oh, oh. Nein, komm schon. Schön, dass sie das gar nicht bemerken. Freut mich. Gerade eben, als ich hier rübergelaufen bin, haben sie mich sofort bemerkt. Hehe. Okay, was haben wir hier? Reitkopf und ein Wasserpfeil. Gut, gut. Okay. Einmal hier hoch, bitte. Danke. Hauptsache, ihr rennt hier eure Runden. So. Da muss ich längs. Hier komme ich aber. Komme ich hierher? Irgendwie muss ich ja hier lang kommen. Eigentlich. Da rüber. Und da rüber. Und das war's. Cool. Ne, hier kann ich hoch. Eigentlich. Ja. Funktioniert. Fallen. Da geht's rüber. Kann das sein, dass ich da rüber muss? Äh, probably. Ich glaube. Ich glaube. Ich glaube, ich habe Angst vor den Fallen. Au, 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 au. Kann ich die nicht irgendwie da? Oh mein Gott. Gib mir das. So. Gut, dass ich hier war. Sonst hätte sich noch wer verletzt. Ja, super. Dafür muss ich mich erst verletzen, ey. Diebes-Kollegen hätten sich verletzen können. Ja, durchaus. Aus. Läuftbomben sind eine einfache Methode zur gewaltlosen Flucht. Setze sie klug ein. Die habe ich noch nicht einmal eingesetzt. Das wäre vielleicht hin und wieder mal ganz sinnig gewesen. Scheiße. Aha. Sweet, sweet home. Boom. So. Hopps. Veränder sich! Ein neues Zeitalter! Dank Orion! Ja, 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 ja. Wie sie ihn alle anbeten, den Verräter. Ich will den einen Topf werfen. Ne, da will ich ja eigentlich gar nicht hin. Will ich da hin? Da komme ich aber glaube ich auch nicht weiter, ne? Gucke ich mal, wo es hier hin geht. Man darf gespannt sein. Oh. Ziemlich hell hier. Okay, wie es aussieht war ich hier aber noch nicht. Das ist schön. Ui. Sehr schön, sehr schön. Gib mir das. Mach Mathe-Typ 2 Brief öffne. Naja. Besser zu viel als zu wenig, nicht? Fallen. Nope. Auch ansonsten nichts wirklich interessantes. Nichts. Ich geh nicht. Wegen Orion. Dann jetzt unsere eigene Stadt. Als nächstes schneiden wir uns die Kehlen durch. Ja, wahrscheinlich. Ja. Naja, hier oben war ja gar nichts. Oder? Ah doch. Natürlich war hier was. Huy. Eins und zwei und eins und zwei. Und wieder runter. Danke sehr. Kann ich da rüber und dann da hoch und dann da... Ja, okay. Das funktioniert. Was ist denn das? Aha. Schau doch mal. Einer guckt hier. Hallo. Sehr schön. Ich wusste doch hier glitzert, was? Das ist übrigens mitunter der Grund, meine Freunde, warum ich immer so lange brauche, um irgendwo hinzufinden. Neues Dokument. Notizweg Schrank. Sophia, ich habe im Schrank ein Geschenk für dich hinterlassen. Vielleicht denkst du nächstes Mal besser darüber nach, bevor du mich betrügst. Oh. Das hört sich irgendwie nicht ganz positiv an. Hier im Schrank? Probably. Gibt es hier Fallen? Ich weiß es nicht. Wenn, dann tappe ich jetzt ganz, ganz blöd rein. Hallo. Das ist wahrscheinlich der Schrank, ne? Oder? Nein, das ist bestimmt der andere Schrank gemeint. Bevor du mich betrügst. Hm. Betrügen ist böse. Ich habe zwar niemanden, den ich betrügen könnte, aber... Hallo. Oh. Oh, ich gehe davon aus, dass das hier geliebter war. Also der, mit dem sie ihren Mann betrogen hat. Das ist nicht so schön. Mein Gott, diese ganze Gewalt hier immer. Ach. Das hält mein schwaches Gemüt nicht durch. Wo wollte ich jetzt noch gleich hin? Ich habe vergessen, wo ich hin wollte. Ich bin jetzt einfach mal so frei. Und werde hier alles aktivieren, was ich aktivieren kann. Krawum. Was geht hier vor? Nix. Niemand versteckt sich vor dem Götzen. Dass ich das mal sage, die sind schlimmer als die Wache. Hast du das von der Marktstraße gehört? Ach. Ich hatte schon genug Kummer. Ich will's gar nicht wissen. Stimmt. Auf bessere Zeiten. Ja. Okay, aber wie komme ich da jetzt... Achso, von da. Okay. Ja, 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 ja. Und zack. Ach, da muss noch ein Seilpfeil dran. Kann ich den von hier aus schießen? Ne, ne? Natürlich nicht. Okay, wartet. Wartet, wartet. Wo? Wo? Ups. Zack, 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 bams. Hopp. Na, da komme ich natürlich nicht ran. Ähm. Da ist der U. Ah, das ist jetzt natürlich blöd. Nicht da runter, nein. Ach, Mann. Ich war doch gerade so viel weit. Und mitnimmlich. Natürlich. Ich wollte doch nur da raus. Jetzt bin ich wieder runter. Achso, hier. Aha. Ja. Wie schön einfach es hier ist, überall einzusteigen. Okay. Hey, Überraschung. Fan. Huh. Ich hätte nicht gedacht, dass das noch funktioniert. Aber es hat noch funktioniert. Sehr schön. Sehr schön. Huh. Okay. Jetzt... Verprasse ich doch wieder einen ganzen Pfad, um da hinzukommen. Ich wusste es. Einmal. Zweimal. Zumachen. Ich meine, der einzige, der uns bemerken könnte, ist sowieso gerade umgehauen worden. Aber... Sicher ist sicher. Sicher ist sicher, meine Freunde. Aha, hier geht's weiter. Okay. Also, aufmachen bitte. Nein. Nicht durchgucken. Aufmachen. Danke. Ich check das nicht. Ich check das echt nicht. Ich bin da zum Blödzug. Naja. Sieht zwar cool aus, aber ich bin da irgendwie... Ich weiß nicht. Ich bin nicht begabt in sowas. Nein. Aufmachen. Dankeschön. So. Jetzt bin ich wieder 90 Meter davon entfernt. Das ist mir aber vollkommen egal. Weil... Richtig. Ich wollte da längs. Weil... Hier kann ich ja längs. Ui. Kann ich das? Aha. Ja, es funktioniert. Sehr schön, sehr schön. Die haben mich den Balken hier wegschieben. Sorge nicht zu nahe an Bedrohungen für Ablenkungen. Andernfalls schlagen sie Alarm. Das wäre blöd. Durchaus. Okay. Jetzt bin ich hier. Tam, 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 tam. Und zack. Da geht's wieder zurück. Das will ich nicht. Oder? Muss ich da hin? Sieht fast so aus, als müsste ich da hin. Okay. Wahrscheinlich... Ähm... Hier muss ich das wohl doch... Gut. Äh... Speichern. Gott, was hab ich jetzt für eine Seilpfeile verprasst dafür. Mein Gott. Und das nur, um die irgendwo in der Stadt zu platzieren? Oh. Oh, Moment. Ich glaub das ist... Ah ja, super. Würdest du ein Heilmittel von einem Mann kaufen, der selbst die Schwermut hat? Aber Marco sagt, ich wag dir was machen. Kann ich hier irgendwie wieder raus? Da kann ich wieder raus. Sehr schön. Danke. Freut mich. Ja, ich weiß. Alles schrecklich. Alles blöd. Das müsste ich nur irgendwie... Okay. Der einzige Ort, an dem wir uns begegnen, ist der Galgen. Oh. Wie romantisch. So. Was für eine kalte Nacht. Echt. So, einmal speichern. Ich glaube nämlich da vorne müsste direkt die Bank sein. Ui. Nicht, dass ich jetzt noch irgendwen in die Arme laufe. Da vorne. Sehr schön. Zack, 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 zack. Und... Los geht's. Ja, ich möchte diesen Auftrag gerne starten. Endlich mal. Nachdem ich 50 Parts drumherum gedruckst habe und mich jedes Mal... Oh. Oh. First back. Überanstreng dich nicht, sonst hast du nicht genug Ausdauer, wenn du sie dringend brauchst. Ja. Das habe ich auch schon öfter gemerkt. Nicht gut ist das. Nicht gut. Okay. Das wird übrigens der letzte Auftrag sein, den ich hier nebenher erledige. Das nächste wird dann wieder die Hauptmission sein. Und... Ja. Dann... Habe ich aber noch ein paar Minuten. Ich will ja nicht bei 14 Minuten schon aufhören. Das ist blöd. Deshalb überziehe ich lieber wieder. Wie gibt dich zum... Moment mal, wo muss ich denn jetzt hin? Ah, hier rüber muss ich. Okay, alles gut. Ich habe den Weg gefunden. Oh. Ah. Okay, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Doch gibt es. Maschinen lassen sich nur schwer ablenken. Ich muss aufpassen. Aber... Was für Maschinen? Wozu merkt der Typ seine Augen? Z? Oh. Verdammt. Oh. Scheiße. Hm. Ja. Das ist scheiße. Äh. Die Schwermut ist überall. Boah, das sieht aus, als wäre ich hier schon mal gewesen. Ich war hier schon mal. Ich erinnere mich an die Löwenstatuen. Das war aber nicht der Teil. Dieser Eintopf liegt mir schwer im Magen. Das war ein anderer Teil. Ich weiß noch nicht... Hups. Ich weiß noch nicht mehr welcher. Okay, wie komme ich da jetzt rein? Ich brauche eine Pause. Hm. Ich brauche eine Pause. Ich brauche eine Pause. Ich glaube fast. Oh. Ah. Hallo. Gibt es hier auch noch solche Dinge? Halt! Psch. 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 Ganz ruhig. Alles wird gut. Ach Mist. Moment. Warum kommt er jetzt hier rüber? Echt? Ha Ja, es gab hier bestimmt eine Menge zu holen. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, traue ich mir nicht zu. Obwohl ich muss, glaube ich, durch den Haupteingang, oder? Bitte sag mir, dass ich nicht durch den Haupteingang muss. Nein, muss ich nicht, sehr schön. Hopp! Und zack. Öffne den Tresorraum. Das klingt so einfach, wenn es einfach nur steht. Okay. Ahem. Einmal kurz speichern. Tom, dam, dam, dam. Tom, dam, dam, dam. So, verlassen bitte, danke. Und dann muss ich, glaube ich, hier rein. Sieht stark danach aus. Ja, mach auf bitte. Zack. Wann noch was zu mitnehmen? Kann ich auch. Da ist was zum Mitnehmen. Ich will das haben. Aber ich komm noch nicht ran. Angeblich kriegen Wachmänner zwei warme Mahlzeiten am Tag. So ein Scheiß. Ich will auch zwei warme Mahlzeiten am Tag. Nein, im Moment will ich eigentlich gar keine warme Mahlzeit. Was? Da drüben war da gerade... Ich hab jemanden gesehen! Was? Hilfe! Das war nicht so gut. Nein! Ich hab doch so viel vor! Was zum... Dass die mir alle direkt denken, ich würde sie umbringen wollen. Wahnsinn! Ich muss sagen, in so einer Bank liegt echt viel teures Zeug rum. Davon freue ich doch im Bock! Ja, wahrscheinlich. Ich bin schon so gut getroffen. Da drüben! Hi! In den Schatten lauert ein Dieb! Ah, ich hätte sie doch... Ich hätte sie doch... Ah, okay, Moment, Moment, Moment. Moment! Ich hoffe, ich hab voll schnell gespeichert. Nein! Nein! Puh! Ja! Bitte! Nein! Ich hab doch da drin verdammt nochmal gespeichert! Laden! Autospeicherslot! Ja! Eigene Speicherung! Ja! Ich hab doch da drin gespeichert, verdammt! Ich hab mich doch in diesen komischen Schrank gestellt, Manu! Okay. Das ist jetzt gemein. Dann beende ich diesen Part hier jetzt. Das ist mir jetzt zu blöd. Und dann esse ich erstmal was, weil ich hab Hunger. Vielen Dank fürs Zuschauen! Ich hab zwar jetzt noch nicht so viel geschafft bei dem Auftrag, aber immerhin bin ich ein bisschen durch die Stadt getingelt und hab den Weg gefunden. Ja, dann geht's eben beim nächsten Part los. Vielen Dank fürs Zuschauen! Denkt an das Abonnieren und Kommentieren und Bewerten. Und unten die Videobeschreibung, weil wichtige Links und so. Und dann... Bis zum nächsten Mal. Ciao! Ein armer Kopf.